willkommen zurück bei extatica in der letzten folge ist uns ja gelungen in ein eichhörnchen zu verwandeln oder was immer das darstellt hier und jetzt sind wir quasi ziemlich wehrlos aber wir sind klein da versuchen wir jetzt da wo das mädchen müssen wir natürlich irgendwie heil hinkommen da wo das mädchen gewesen ist verschwunden ist da versuchen wir jetzt hinzukommen wir uns natürlich nicht von der schlange hier beißen schlange gab es nicht wo ich noch groß war das einzige wenn ich wenn ich angreife ist dass es so schnell hilft was gutes ist jetzt mal gucken wo es hier weiter geht hier war der gang wo das mädchen verschwunden ist die hauen alle ab von mir das ist ja ein labyrinth nie da bin ich hergekommen jetzt bin ich wieder groß hat natürlich keine waffen so kann ich die gnome wenn sie ein bisschen verdreschen jetzt sagen sie verdrechen mich nicht grün ist weg komm komm du kommst auch noch dran so weit so gut das hatten wir schon mal erledigt dass wir hier raus gekommen sind so kann ich hier was aufheben so kann ich hier was aufheben so kann ich hier was aufheben ich dachte vielleicht die Fackel oder sowas so geht es denn jetzt weiter hier ist eine Treppe gewesen ok hier ist eine Treppe und hier Ne, da gehen wir lieber nicht hin, da sind wir hergekommen, bzw. da sind wir hergekommen, komm, ihr wisst auch noch dran. Hallo ist noch mal. Und nochmal. Na, er hält aber ganz schön aus. So. So. Jetzt gehen wir erstmal in den Gang hier rein. Da geht's scheinbar nicht weiter. Also gehen wir jetzt die Treppe hoch. Oh, ich bin zu alt. Was kann ich noch tun? Ja, ja, ja. Oh, no. Oh, oh, oh. What, no, 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 do not approach me, you. Away, out, come on, do as I say. Away, out, come on, do as I say. Away, out, come on, do as I say. Away, out. Away, out, come on, do as I say. Away, out, come on, do as I say. Do not, take this, if it's what you want. Goldnissschwarz. Sehr gut. Ich tue doch nichts. Ich wollte nur hören, was du zu sagen hast. Ich tue doch nicht, mein Guter. Alles gut. Ach, ich... Ok. Ja, dann gehen wir jetzt ... Haben wir jetzt das Goldschwert sozusagen. Ach, ich würde jetzt nochmal zurück... die bibel holen wollen, wenn ich es finde nicht mit der orientierung, ja, da drüben so das gute buch haben wir bei uns so muss ich noch wieder dorthin finden ja, ich kann deine Helden, du graust ja hier nur rum jetzt hab ich nur nicht, dass ich von dem wieder verdroschen kann so, wo waren denn die? ja, ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja, da ist es mal vor in nomine Patris eit filli et spiritus sancti amen und Mein Gott, ein führer Worscher, komm in, öffne die Gäste! Dann kommt immer noch trotzdem das Schwertwort. So, ich weiß zwar nicht was ich hier drinnen will, aber wir gehen mal rein. Das ist gut. Okay. War es das, was du zu sagen hast? Gut. Eine Bibliothek. Erzählst du mir was? Ich will dir nicht wehtun. Okay, hier ist ein Gang. Da will ich aber eigentlich noch nicht runter springen. Ich will mir erst mal umschauen. Da komme ich ja vielleicht nicht wieder hoch, da bin ich schon wieder tot. Also, hier ist ein... So, was gibt es denn hier noch? Gibt es hier drüben noch was? Ach nee, das gibt nur diesen einen Raum. Da müssen wir wieder runter springen. Oder gibt es hier noch einen Seitengang? Okay. Also hier war... Okay. Können wir wahrscheinlich jederzeit wieder her und jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin schon mal waren, oder? Ich richte mir hier die Tore irgendwie auf. Achso, der kann hier wieder hochklettern. Da hätte ich wahrscheinlich auch so ins Schloss kommen. Ja, dann klettern wir wieder hoch und gucken dann jetzt nochmal uns in der Gegend um. Beziehungsweise, vielleicht kann man hier unten auch noch irgendwo anders hinklettern. Da geht es nicht weiter. Da sind wir hergekommen und nochmal zurück. Da geht es wieder hoch. Und dann gehen wir halt nochmal da, wo wir als... Gucken wir uns da nochmal die Gänge an. Irgendwas müssen wir sicher im Kloster noch machen. Aber das können wir jetzt noch nicht machen. Uah! Was war denn das? Ach, das ist das Mädchen gewesen, oder? Die schießt mit Schleuder auf uns. Ich will doch nichts... Ich will dir doch nichts tun. Komm. Gehen wir mal wieder zurück. Und versuchen vom Kloster aus... Naja, wie ging es zum Kloster? Das war bestimmt am Anfang zu, oder? Zumindest hätten sie mich alle angegriffen, ne? Wenn ich einfach so... Hallo! Hallo! Oh, da liegt ja irgendwas. Eine Relikie. Die lassen wir aber dann erst mal. Aber kann sein, dass wir die später brauchen. Gucken wir uns hier mal weiter. Und wir waren ja noch nicht überall. Weil uns immer dieser Minotaurus im Wege war. Was sitzt da? Ich glaube, das sind zwei. Wir laufen einfach an dem vorbei. Und jetzt gucken wir mal, was hier oben war. Das war ja fies. Also im Klick hatte ich gerade gespeichert. Ja, ich erzähle euch, Leute. Ein anderer, der uns nicht mehr verbreitet wird. Was schaust du an? Na? Geh und spiel aus, bevor ich dich vermerke. Nein, nein. Diesmal gehe ich nicht noch mal da rein. Oh, ich kann es sehen. Es geht auch schon. Jetzt bin ich unbewaffnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, aber ohne Waffe nimmst du das jetzt mit? Ich kann doch nicht mit der Bibel um mich schlagen. Jetzt verschwindet sie im Wasser oder was? Dann muss ich mich jetzt irgendwie hier wieder dahin mogeln, wo unser Streibkolben liegt. Ja, das Schwertschade ist weg. Dann versuchen wir schnell zu sausen zum Streitkolben. Mal wissen, was das hier ist. Da waren wir ja auch noch nicht drin. Jetzt ist es zu... Was? Jetzt ist es offen. Ja, da ist doch der Wehrwolf an der Wand. Hier ist ein Besen. Hey. Oh, yes I... 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 Oh, I die in Liebe... verrückte hexen okay den brauchen wir jetzt können wir fliegen das nicht selbst sehr schnell der besen kann ich den auch wieder ablegen ja so dann nehmen wir noch mal und probieren mal ob wir da mithalten wo hinkommen zeitlubentempo hier ist der see müssen aber da lang da hinten waren wir auch nicht ok da ist ein bisschen gemächlicher hier ich habe keine waffe es ist Haltia, he possesses her, body and soul, and he hides in the dungeons, malediction, but what to do, what to do, I am so old, too old, what to do, let us see, how does it go again, you're a nice, aren't you? Good. Wo soll ich hingehen zu einem Turm, aber ich würde erst mal meinen Schwert holen. So, hier habe ich meinen Besen. Versuche ich mal zu meinem Streitkolben zu kommen. Das ist der Stuhl vom Minotaurus. Ja, ja, gar nicht schön. Es liegt immer auf die tote Spinnen rum. Das tut mir ja furchtbar leid. So, das Ding muss da oben liegen. So, gut, da wären wir wieder fit. Beim nächsten Mal geht es dann weiter und dann sehen wir, wie es hier weitergeht. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronir. Tschüssi.